Willkommen zum Rift Report, eurem Loil-Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneide ich an und lehne ich zurück. Als wichtige Info vorab, dieser Patch Rundown durfte erst um 20.30 Uhr veröffentlicht werden, da Riot Anfang Juli wie gewöhnlich seine Sommerferien haben wird. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass der nächste Loil-Patch erst am 17.07. veröffentlicht werden wird. Am 17.07. wird voraussichtlich auch Rides PvE-Mode Swarm auf die Lifeserver kommen. Ab zu den Champion Buffs und dort zu Gank Plank. Sein E-Slow skaliert nun nicht mehr mit Crit Chance, dafür wird der Slow einfach straight up brutal gebufft. Bis 80% Crit Chance ist das Ganze ein klarer Buff. Graves bekommt einen Revert auf dem E-Nerve des Patches 13.22. Seine Bonus-Armor pro Stack gehen damit von 2 bis 14 auf 4 bis 16 hoch. Lee Sin darf sich über einen leichten Buff seiner Leben pro Level und mehr Base-Shield auf den frühen Rängen des W freuen. Lissandra bekommt 5% zusätzliches AP Ratio auf dem Q und der W-Cooldown geht auf den frühen Rängen ordentlich um bis zu 2 Sekunden runter. Miss Fortune bekommt absurd viele Buffs. Zum einen kriegt sie 3 zusätzliche Base-AD, dazu wird ihr W gleich 4-fach gebufft. Der Damage Lockout geht von 5 auf 4 Sekunden runter. Der Upgraded Movement Speed Delay von 5 auf 3 Sekunden runter. Dazu gibt es 5 Bonus-Movement Speed auf allen Rängen des W und maximal doppelt so viel initialen Bonus-Movement Speed. Orianas Base-AD geht von 40 auf 44 hoch. Pantheons W bekommt einen Mini-Buff und hat nun gegen Minions und Monstern einen um 10 Damage höheren Minimum-Damage. Xayah verliert auf jedem E-Rang eine Sekunde an Cooldown. Dazu geht auch noch der Base-Damage des E auf jedem Rang um 5 in die Höhe. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welche Rune braucht eurer Meinung nach dringend mal einen Nerf? Schreibt euren Pick unbedingt in die Kommentare. Zeit für die Champion-Nerfs und dort kommen wir direkt einmal zu Brand. Vor allem auf der Bot-Name ist er Delulu stark, daher sind diese Nerfs eigentlich ein ziemlicher Witz. Der Mana Restore seiner Passiven geht von 30 bis 50 auf 20 bis 40 runter. Dazu muss er auf seinem E auf den späteren Rängen etwas Base-Damage einbüßen. Krakas ist weiterhin die Sustain-Maschine der Top-Lane, daher verliert er nun 1% Max-Up-Hilling auf seiner Passiven. Kalista verliert zunächst zwei Base-80, dafür werden aber der Minion-Non-Champion-Damage- und Non-Champion-Execute-Threshold des W komplett entfernt. Der Non-Champion-Damage-Cap des W geht jedoch runter. Auch ihre Ult muss ein kleines bisschen leiden. Der Cooldown geht von 150 bis 90 Sekunden Scaling auf 160 bis 120 Sekunden Scaling hoch. Kratus ist praktisch in jedem Elo-Bereich deutlich zu stark, Blackfire-Torch nerft man allerdings nicht. Man zählt ihm stattdessen auf jedem Rang seines Q 3 Base-Damage ab. Kennen war erst kürzlich unser Broken-Pick der Woche, daher muss er nun 31 Base-Health einbüßen. Scana darf natürlich seit seinem Rewerk in keinem Patch fehlen. Es ist ungelogen der 5. Nerf hintereinander. Diesmal verliert er 5% Max-HP-Damage auf seinem Q und auch die Mana-Kosten des Q gehen von 30 auf 50 hoch. Talia bekommt einen Jungle-spezifischen Nerf. Ihr Q-Bonus-Monster-Damage geht von 25 Base plus 5% AP-Ratio auf 10 Flat runter. Zu guter Letzt skaliert 6 Passive Healing nun mit Leveln und nicht mehr mit Old Leveln und geht dazu noch von 5 bis 8% Scaling auf 4 bis 8% Scaling runter. Bei den Champion Adjustments haben wir diesmal nur Varus. Er büßt zunächst 2 Base-AD und 0,5% Attack-Speed-Growth ein. Seine Passive gibt nun beim Minion-Kill nur noch 10% Flat Attack-Speed. Allerdings bekommt er nun skaliert mit seinem Attack-Speed AD und AP. Die Bonus-AD skalieren mit 15% Bonus Attack-Speed und die Bonus-AP skalieren mit 10% Bonus Attack-Speed. Bei Champion-Takedowns gibt es nun 40% Attack-Speed und AD und AP mit den gleichen Scalings wie auch bei den Minion-Takedowns. Während Champion-Takedowns kann er nun allerdings seinen Attack-Speed-Cap von 2,5 auf 2,763 erhöhen. Außerdem skaliert sein Attack-Speed-Scaling der Passiven nun auch mit dem Attack-Speed, das er durch Champion-Level bekommt. Sein W bekommt etwas mehr Base-Damage auf den späteren Rängen. Der Missing-Health-Damage skaliert nun jedoch nicht mehr mit Champion-Leveln, sondern mit Ability-Rängen. Und der Q-Cast-Lockout geht von 0,25 Sekunden auf 0,85 Sekunden hoch. Der Basic-Ability-Codon-Refund pro Blight-Proc geht jedoch von 12 auf 13% hoch. Bei den Item-Änderungen wird nur Opportunity angepasst. Das Item gibt nun weniger Lethality für Range-Champions, dafür geht der Extraction-Bonus-Movement-Speed jedoch von 150 auf 200 hoch. Bei den Runen verliert Dark Harvest ein ordentliches Stück an Base-Damage, dafür bekommt man aber nun pro Dark Harvest-Stack deutlich mehr Damage. Und auch der Cooldown der Rune geht von 45 auf 40 Sekunden runter. Electro-Cute bekommt im Early-Game mehr Base-Damage, wird jedoch auf den späteren Leveln schlechter. Der Electro-Cute-Scooter geht allerdings von 20 bis 25 Sekunden Scaling auf 20 Sekunden Flat nach unten. Das war's für diesen Rift-Report. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns mit einem Like oder Abo unterstützt. Nicht vergessen, erst in drei Wochen am 17.07. gibt es den nächsten Patch-Rundown. Auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es zusätzlich mehrfach wöchentlich weitere LoL-Videos und unsere maximal zwei Minuten langen Mini-Patch-Rundowns. Bis zum nächsten Rift-Report. Möge deine Elo hoch und deine Win-Rate noch höher sein.